So, da sind wir wieder, Terraria. Lange ist her, seit wir das mal wieder Let's Plays haben. Aber nach unserem Sieg gegen das Auge bin ich ganz guter Dinge, dass das heute nicht die letzte Folge sein wird. Wir haben ja auch schon ganz gut Geld, also... Also schlecht haben wir es hier nicht. So, begrüßen wir mal unseren neuen NPC. Wo ist sie denn? Spazieren. Nö, hier ist sie nicht. Also nicht im NPC-Haus. Hm. Keine Ahnung, wo die jetzt gespawnt ist. Ach da. Kommt hier wahrscheinlich nicht hoch. Aha, die hat einen Shop. Ja, und hier gibt es jetzt halt jede Menge tolle Items. Grassamen. So ein komisches Ding. Wir lassen die jetzt erstmal da stehen. Da wir diese Welt eh verlassen werden, ist uns egal. Wir müssen sie quasi verlassen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir die Wahl hätten. Gucken wir mal, dass wir hier noch so ein korruptes Gebiet in der Nähe haben. Ich glaube, das war ich hier vorne. Denn es gibt so viele neue Sachen dann, die nur in der neuen Welt spawnen. Und wir sind jetzt schon stark im Rückstand, also... Ich glaube, mit der Gold-Pick-Axt kommen wir hier aber noch nicht durch die... Nein, das sieht nicht so aus, als würden wir da durchkommen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall eine bessere Pick-Axt. Wo kriegen wir eine bessere Pick-Axt her? Mal schauen, was gibt es denn da alles? Das nächste, was wir kriegen würden, wäre hier wohl... Night-Axt. Also... Dazu müssten wir den Wurm besiegen. Obwohl doch, den können wir auch beschwören. Stimmt. Dann bleiben wir doch ein bisschen hier in der Gegend und hauen hier so ein paar von den Viechern kaputt. Und nehmen hier so ein paar von den Pilzen mit. Oh ja, da kommen wir nie mehr raus. Ach, das komme ich hier schon nicht mehr. Scheiße. Verdammt. Nein! Ja, theoretisch könnten wir jetzt eigentlich so ein Ding da unten kaputt machen, aber da kommen wir ja nicht ran. Theoretisch können wir das auch mit dem Puder von der ollen Schnäpfe machen. Das können wir uns einfach kaufen, dann können wir da durch. Stein kaputt machen und Wurm beschwören. Ich glaube, wir müssen drei kaputt machen. Na komm. So. Und so. Dann stellen wir hier mal eine Fackel dran. Ach ja. Das ist auch eine bequeme Art. Ging das vorher schon? Ist es mir jetzt neu irgendwie, dass das so geht? So, dann gucken wir doch mal. Brauche ich überhaupt das verrottete Fleisch? Ja, ich glaube schon. Ich brauche das verrottete Fleisch und so ein Pilzpuder. Und das Pilzpuder kriege ich halt hier auf den Pilzen. Aus zehn Stück, wohl bemerkt. Hier war ich auch schon mal drin? Oder einfach mal hier runter. Vielleicht finden wir ja was. Wir sind jetzt ja schon um einiges mobiler geworden. Na toll, wo kommt denn der grüne Schleim her? So, mehr kann ich jetzt hier auch momentan nicht machen. Ach, ich habe doch hier diese Plattformchen. So. Naja, viel Sinn hat das jetzt nicht. Ich würde sagen, der hat es mehr Sinn, wenn wir erstmal unser Goldschwert vervollständigen. Oh, da komme ich jetzt nicht dran. Schade. Zumindest, wir haben so ein paar Pilze geerntet da. Ich scrolle hier gleich mal im Wiki runter. So, da steht es nämlich ganz unten drin. Hat das Häschen mir jetzt wehgetan? Wird mich auch wundern. Irgendwo standen doch hier auch mal die korrupten Rezepte drin. Ach, das gibt es doch gar nicht. Lalalala, scroll, 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 scroll. Es gibt doch viel zu viele Rezepte eigentlich. Ah, da ist es ja. 30 Giftbeutel und 15 von den Rottenfleisch. Haben wir davon irgendwas? Also, die Giftbeutel kann ich mir jetzt theoretisch craften. Übrigens, wir müssten uns auch mal eine Workbench bauen. Die ist neu. Und man kann nämlich an dieser normalen, an diesem normalen, äh, Crafting-Table kann man jetzt nicht mehr sehr viel machen. Ich weiß nicht, ist das jetzt hier die... Ne, das ist die Workbench, die wir kennen. Oder soll das auch erst mit 1.dings da kommen? Äh... Workbench, das ist die? Das ist die doch, die hier steht, oder? Ich bin verwirrt. Also, ich hab's erst gelesen. Vielleicht kommt das auch erst mit 1.dings, blablabla. Naja, auf jeden Fall. Guck ich mal diese Giftbeutel. Die kann man nämlich auf den Pilzen machen. Und dazu bräuchte ich... Ach, da klicke ich jetzt einfach auf den Giftbeutel drauf, dann seh ich's ja. Ein Pilz gleich 5 Giftbeutel. Naja, sind 15. 30 brauchen wir. Vielleicht haben wir ja noch irgendwas hier in den Kisten. Nein. Äh... Glowing Mushrooms. Glowing... Nur Glowings. Nein. Auch nichts. Und von dem rotten Fleisch haben wir, glaub ich, auch nichts. Sieht nicht so aus. Naja, dann packen wir's erstmal alles hier rein. Ah, da fehlt uns noch rotten Fleisch und auch noch die Giftpilze. Ich glaub, dann sehen wir uns noch ein bisschen da um. Wenn richtig wehgetan haben uns die Monster da jetzt nicht. Dann bräuchten wir nur noch so'n, äh, Dämonentable oder so'n Altar. Oh, das Ding ist schön flott. Lol, kommst du nicht hoch, haha. Übrigens ist hier ne schöne Musik. Das muss man ja auch mal erwähnen. Wozu stehen hier eigentlich Bäume? Die haben gar keine Bäume verdient. Wieso komm ich an dem blauen Schleim nicht dran? Na, vielleicht jetzt. Oh, jetzt kommt ein großer Wurm. Auf den müssen wir aufpassen, der macht nämlich auch gut Schaden. Da stell ich mir ein, ich sollte meine Zeitübersicht nicht aus den Augen verlieren. So. Wir müssen hier unten übrigens überall rein und gucken, ob da irgendwo Altare drin stehen. Oh, das machen wir dann erst, wenn wir die Zutaten haben. So. Das kann man jetzt schön verbinden hier mit Holzfällen. Was ich nur ein bisschen, äh, so in der Verfügung hab, ist, dass hier zu wenig Pilze stehen. Ich tu mir hier auch irgendwie dauernd weh. Wow. Und hier vorne ist auch schon Ende. Hm. Naja, die Monster hier heilen auch recht gut. Da geht das schon. So. Hier nochmal ein Bäumchen wegfällen. Gehen wir mal hier runter. Autsch. Naja. Viel zu sehen gibt's hier nicht gerade. Das wäre nämlich jetzt das nächste Ziel, den Wurm heraufbeschwören. Um den auch mal richtig einen abzuballern. Um daraus dann halt die Scales dann zu kriegen. So. So, hier ist jetzt auch, glaub ich, Nacht. Oder wir kaufen uns jetzt einfach von unserem ganzen Gold so ein paar von diesen Säften, mit denen man die Oberflächenstruktur zurückverwandeln kann zu nicht korrumpierterem Gebiet. Und benutzen die einfach unten auf die Dinger. Zertrümmern die. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Meiner Meinung nach sogar eine etwas schnellere als diese hier. Aber zumindest haben wir so ein bisschen Monster geschlachtet. Schade, dass es hier nicht sowas wie Erfahrungspunkte gibt, die in Minecraft... Hm. So. Wenn man so guckt, wir wohnen so in der richtigen Nische, kann man sagen. Wir gingen die ganze Zeit jetzt nur bergab vom korrupten Gebiet. Ach, guck mal, da ist uns einer gefolgt. Ein kleiner? Nö, ein normaler. So. Dann gucken wir doch mal, ob die auch... Ach, jetzt ist sie drin, endlich. Wie teuer ist denn dieses... Naja. Da brauchen wir schon ein bisschen mehr. Da gehen wir mal an unseren Sparschweinchen dran. Bäh. Kaufen wir mal so... Ich weiß auch nicht. So, das sollte reichen erst mal. Na ja, obwohl... So. Das reicht dann auf jeden Fall. Und dann setzen wir dann in der nächsten Folge ein. So, und ich glaube, wir sind heute ein paar wirklich gute Folgen gelungen. Wenn wir jetzt noch den Wurm besiegen, das wäre natürlich der Oberhammer. Aber erst mal gucken, dass wir überhaupt an ihn rankommen. Dazu müssen wir, glaube ich, drei, äh... Von diesen Eiern da kaputt hauen. Und dann meldet er sich mit einem... Boah. So. Ich hoffe nur, dass unser, äh... Stein... ...reicht, um, äh... ...die Eier kaputt zu hauen. Was ist das? Silber, oder? Ja. Aber das sollte eigentlich... Darüber habe ich noch nie gelesen, dass... ...diese Eier irgendwie einen besonderen Hammer brauchen. So, dann gucken wir gleich mal hier nach, würde ich sagen. Vorsicht, großer Wurm. Ah. Geht doch. So. Ach, schau mal. Da brauchen wir, glaube ich, drei Stück, um hier dran zu kommen. Oder auch nur zwei. Äh. Lange leben kann er nicht mehr. Ah, da ist er schon tot. So, dann schauen wir doch mal, ob der Hammer reicht. Yay. Und ein Meteorit ist gelandet. So, dann geht's mal weiter in die nächste Kammer. Hm. Von hier, muss ich sagen, wäre es sehr unschön. Wegen dem Wasser. Oh, mein Gott. Müssen wir nur zu sehen, dass wir schnell genug wieder rauskommen. Ah, da haben wir ja die Steine hier. Die könnten wir ja theoretisch dann auch benutzen. War da überhaupt was drin? Normalerweise kriegt man auch immer noch einen Drop, wenn man die Dinger kaputt macht. In dem Fall nicht. Das Schöne ist, wir müssen den Wurm nicht mal wirklich besiegen. Es reicht, wenn wir ihn leicht schädigen. So, dass schon ein paar seiner Körperteile abfallen. Da gibt's auch schon genug Loot. Hm, dann gehen wir doch jetzt am besten gleich mal auf den da los. Ja, man kann den Wurm ja auch verstehen, dass er sauer auf uns dann ist. Immerhin machen wir hier seinen Nachwuchs kaputt. Welche Mutter wäre nicht sauer, wenn wir das bei ihren Kindern machen? Fast. Eine gezielte Treppe zu bauen ist nicht gerade einfach hier in Terraria. Äh, so. Und ich denke mal, das war's dann. Oh, dass jetzt der Sulita kommt, wo dieser andere Wurm da ist. Oh, da ist er auch schon. Macht leider recht viel Schaden. Sondern, dass wir mal hier so... Scheiße. Das hab ich eigentlich schon... Aber wir haben ein bisschen was gedroppt. Das reicht. Werden wir es später sehen. Mist. Wenn ich jetzt auch bloß einen Trank zu mir nehmen könnte. Ah, das war's. Aber der bleibt. Wenn wir Glück haben, sind wir schnell genug wieder da. Und können weiter kämpfen. Da das Ganze auch recht nah war. Ah, ich glaube, das war's dann jetzt schon, oder? Hm, schade. Aber normalerweise hätte eine Meldung kommen müssen, dass er verschwindet. Ah, ja. Ist jetzt natürlich doof, dass wir jetzt hier in so einer Ecke sitzen. Kann man alles schon mal so ein bisschen vorschwächen hier. Okay.